Hier Flamingos noch einmal schön gemalt und Seepferdchen und dann daneben noch und daneben Quallen und eine Mühle von früher. Das ist noch mal die Mühle und im Hintergrund oben am Firmament. Hier sieht man schön riesen Schildkröten nebeneinander. Ganz toll gemacht alles. Und hier eine Krake mit den Saugnäpfen und so ist eine stupide Betonwand mit Leben erweckt worden und ein Kunstwerk ist daraus entstanden. Hier alles in schriftlicher Form der Manga del Mar Menor. Hier noch einmal die venezianische Brücke ganz am Ende von dieser langen Straße, die insgesamt 90 Kilometer lang ist. Sehr schön gemacht. Erst vor kurzem, vor einem halben Jahr vielleicht, war das. Jetzt kommt die ich mich.